Und da wollte ich jetzt erstmal schauen, dass ich hier den richtigen Platz finden kann für den Pingu, was ich bauen will. Ich kann aber euch kurz mal so Bilder blenden. War bis jetzt auch nicht einmal heute auf dem Server und hier ist halt wirklich wieder einer dabei, der richtig grieft. Und falls jetzt wirklich wieder einer grieven sollte, weil wirklich alles weg sein sollte. Meine wertvollsten Sachen habe ich meine Endertruhe gesichert und jetzt werde ich mal einen Spot suchen, wo ich in Ruhe meine ganze Sache verstecken kann. Beziehungsweise mal den Pingu bauen kann, weil ich möchte jetzt nämlich umziehen. Ja. Was ist... Was ist... Was ist... Was ist seine Mission? Was ist... Was war seine Mission? Alter! Was ist... Ja. Also, das gibt jetzt ziemlich große Konsequenzen für diejenigen. Kann sein, dass es jetzt alles weg sein sollte, aber... Ich wollte doch nur hier in Ruhe... Also wirklich? Ich wollte nur in Ruhe auf... Nee, also das dann. Alles klar. Man kann es auch voll übertreiben. Ich wollte doch nur in Ruhe spielen. Also das... Das ist für mich allgemeine Provokation. Und ich bin Autist. Das kennenlernen, damit ich richtig damit umgehen kann. Das ist nicht so wie ganz normale Leute es verstehen. Servus. 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 Ähm... Kurze Frage. Kannst du mir deine Base zeigen, falls du eine Harsby wollen? Also Lara und ich wollen ein Video machen, in dem wir alle Basen von Craft Attack... Also Craft Attack Imagen... Von Ruhe... Anzeigen. Verstehe ich schon, hier ist so eine Art Kirche. Ähm... Es ist aber... Es ist eine Arena. BW. Der hat jetzt hier so... So eine kleine Farm. Habe ich mir gedacht. Ganz ehrlich, habe ich mir so gedacht. Sorry, aber das war ein Auftragskill, Bruder. Das war ein ganz mieser Auftragskill. Ah. Verstehe. Ach, du belügst halt mich sogar sowas. Kein Problem, dann erfahre ich mir alles selber. Ich kann dir, ich kann dir sagen, wer den Auftragskill gemacht hat und das war Harvey. Dann kannst du Anzeige erstatten. Da muss der zwar nicht unbedingt Spawnsch werden. Ich bin Richter, ich bin Richter. Ich bin... Mein neuer Freund ist Richter. Das war ein Auftragskill und es ist nix persönlich gegen dich. Du bist mir eigentlich gerade sehr, sehr sympathisch. Aber ich muss das machen und ich mache das bei jedem. Also außer natürlich bei Leuten aus meiner, aus meiner Gruppe, aus meinem Kartell. Warte, ich gehe doch nicht mal was herunter. Eine Sache für dich. Möchtest du Anzeige erstatten gegen Greengamer, gegen Harvey, weil er einen Auftragskill gegen dich geordert hat? Äh, gerne. Der Auftragskill bietet sich auch bald als Polizei alle und für 32 Diamanten klatsche ich Harvey um. So ist nicht. Naja, wenn ich überhaupt das ganze Diamanten habe. Weil direkt über die Nacht wurde bei mir schon das geklaut. Äh, sobald ich mit Diamantenrand farme, wird es mir wirklich über Nacht geklaut. Mal gucken, dass wir die in der EnderJazz organisieren. Hey, ich bin hier aus dem Schnitt. Ich wollte hier nur so sagen, dass ich in dieser Gerichtsverhandlung ziemlich lost war. Weil ich gedacht habe, es ging die ganze Zeit um einen anderen Spieler. War es aber nicht. Also, ähm, könnt ihr ja gerne dieses Tribex-Reihe für Contents einfach mal hier so sehen. Und ich weiß, da habe ich mich versprochen. Hier ist auf jeden Fall Bubble Me. Sprachenlernen, Bubble. Ach, der ist vor so viel gut. Er hat, äh, er hat einen Auftragskill an mich ausgesetzt und ich möchte jetzt deswegen ihn anzeigen. Okay. Hä, was? Hä? Hä? Hallo, wir sind hier in einer Gerichtsverhandlung. Du redest nur, wenn ich dir das sage. Kannst du das widerlegen? Hast du einen Auftragskill gegen ihn erstellt? Ich kann dir sagen, wer den Auftragskill gemacht hat, und das war Harvey. So, haben sie einen Auftrag bekommen. Sie haben... Im Schlüsselmoment, wo Mr. I Like Harvey mich darauf angesprochen hat, wurde von Pinguin Gamer in Form von einer Fast, also einer Hals-Netherite, einer Full-Netherite gesprochen. Pinguin Gamer und Fave FNA. Dadurch, dass ich Fave FNA schon eliminiert habe, fehlte nur noch Pinguin Gamer. Aber wir haben Pinguin Gamer dann zurück. Und nochmal, weil erstens nicht mehr die Dias dafür hatten. Und zweitens, einfach kein Auftragskill mehr haben wollten. Weil er das im Roadway gemacht hat. Haben wir sogar mit... Lava, und da warst du sogar dabei, wo wir das gesagt haben. Ja, aber habt ihr das dem Auftragskiller mitgeteilt? Er war auch dabei, wo wir das gesagt haben. Rechmund, kannst du das widerlegen? Nuh-uh. Okay. Pinguin Mike Gamer. Sind Sie sich komplett sicher, dass Sie es im RP-Modus getötet haben? Nein. Ich habe es nicht im RP-Modus gemacht, weil ich nicht wusste, weil es auch gleichzeitig ein Roleplay war. Sie wussten nicht, dass es Roleplay gibt, aber haben es im Roleplay-Modus gemeint. Also ich wusste sogar so, dass es der Server-Bullplays geben wird und so weiter. Aber ich wusste nicht, dass das aktuell ein Roleplay war. Hast du es als Ernst? Also, Sie haben es nicht als RP empfunden. Nicht richtig. Am Ende ging es dann so, dass es auf einmal wirklich nur richtig verwirrt und für meine Meinung halt wirklich Lost angeht. Also skippe ich einfach mal ein Bild zur Beurteilung, weil sonst würde dieses Video zu lang werden und zu peinlich. Denn jetzt gibt es ein Tod durch Amboss, Tod durch Amboss, Tod durch Amboss, Tod durch Amboss. Bin ich. Tod durch Amboss, Amboss, yeah. Woher kommen diese ganzen Schallplatten? Die sind von mir. Ich habe ein Soundpack dabei, wo Copyright Sounds auf Schallplatten sind. Cool. Ja. Ja, das verstehe ich. Das fühle ich. Hör auf. Lass es. Es nervt langsam. Lass es recht erbüsen auf höchstem Level.